Einen wunderschönen guten Abend, liebe Medienvertreter und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach diesem Topspiel zwischen Mannheim und München. Ich begrüße die beiden Cheftrainer, Don Jackson zu meiner rechten und Pavel Kroos zu meiner linken und übergebe das Wort als erstes dem Gästetrainer, Herr Jackson. Dankeschön, guten Abend zusammen. Wir wussten, dass wir heute ein Topspiel brauchen um Punkte zu holen und nach den schnellen Rückständen sind wir etwas hinterher gelaufen und zum Ende des ersten Drittels haben wir aber besser ins Spiel gefunden. Und bei den Mannschaften haben viele Zweikämpfen geliefert und das letzte Drill war unsere beste Zeit, lange Zeit. Beide Torhüter waren stark und wir sind froh, dass wir die drei Punkte mit nach München nehmen können. Ich gratuliere an Yannick Seidenberg für ein Tausendspiel und die Leistung und wir bedanken Mannheim für die Celebration und war sehr klasse. Dankeschön. Vielen Dank, Don Jackson, Pavel. Dein Statement. Ja, guten Abend. Ich gratuliere Donny und München zu dem absolut verdienten Sieg. Danke. Vielen Dank. Pavel, gibt es an dieser Stelle Fragen? Sieht nicht so aus. Dann gratulieren wir nochmal den Münchnern zum Sieg, wünschen eine gute Heimreise, viel Erfolg für die restlichen Spiele und wir sehen uns schon am kommenden Freitag wieder, 21.02. hier zu Hause gegen Düsseldorf. Großes Faschingsspiel. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Ciao. Bis zum nächsten Mal.